Ja, hallo Jacinda, hallo Stefanie. Wir sind hier an der Personal Suisse Messe zusammen, auch am Stand von Seminar Insight. Das hat einen Grund. Ihr seid in der aktuellen Ausgabe mit der Cover Story dabei und einem schönen Interview. Und da wird auch das Seminar Entfalten Sie Präsenz vorgestellt. Für wen ist das? Mit dem Seminar Entfalten Sie Präsenz wenden wir uns an Menschen, die einen souveränen Auftritt brauchen. Das sind Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen und Menschen wie Sie und wir. Und was hat man davon, wenn man das Seminar besucht? Also nach dem Seminar wissen Sie auf jeden Fall, worauf es bei Ihrem Auftritt ankommt. Unser Stichwort ist Präsenz. Präsenz im Körper, Präsenz im Raum, Präsenz in der Stimme. Und Präsenz ist etwas unglaublich Attraktives. Mit Präsenz erreichen Sie auch Ihr Zielpublikum. Und wieso gerade mit euch zwei? Was zeichnet euch zwei aus? Stefanie Großblau ist Schauspielerin, Atem- und Körpertherapeutin. Und letztendlich ist durch diesen schauspielerischen oder spielerischen Aspekt ein leichtes Arbeiten und ein leichtes und nachhaltiges Lernen möglich. Und Jacinda Sroka ist Trainerin für Profil und Stimme. Sie hat sehr viel Seminarerfahrung und sie hat ein unglaubliches Talent, das Beste aus den Leuten rauszuholen. Ja, wann und wo kann man das Seminar denn überhaupt buchen und wann findet das statt? Es findet am 30. Mai statt, auf Bouldern im Raum Zürich und dann auch nochmal im Oktober. Ja, wunderbar. Dann sagen wir, meldet euch an, lest das Interview im Seminarinsight und lernt diese zwei tollen Persönlichkeiten kennen. Ja, wir freuen uns drauf. Dankeschön.